Hallo liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks, zu einer weiteren Supertest-Newsrunde. Wir schauen uns heute den Skoda T-45 an. Einen schweren Panzer, der erste schwere Panzer, den wir von den Czeslowaken sehen auf Tier 7. Wargaming plant da ja ein Tech-Tree, wann genau der kommen soll, ist im Moment noch nicht so richtig klar. Aber der erste Panzer sehen wir jetzt hier im Supertest. Deswegen auch die Info, die Daten können sich alle nochmal ändern, aber wir kriegen schon mal so eine grobe Richtung, wohin es denn gehen soll. Schauen wir uns den Panzer genauer an. Es soll eine 8.8er sein, trotzdem nur ein Alpha von 220. Auf der Standard-Munition des AP mit 185 Durchschlagsleistung, 250 die Heat als Premium und die HE 44 Durchschlagsleistung mit einem Alpha von 270. Er hat 9 Sekunden Nachladezeit und damit kommt er auf eine echt schlechte DPM für einen Siemer Heavy von 1467 aufgerundet. Die Kanone recht ungenau mit 0,4, auch die Einzelzeit mit 2,9 Sekunden typisch Heavy muss man da sagen. Die Soft-Stats zur Verfügung gestellt von Phil von Wargaming, die sind typisch Heavy. Die sind auch nicht besonders gut, die sind aber auch nicht besonders schlecht für den schweren Panzer. Auf jeden Fall in Ordnung. Die Durchschlagsleistung 185, wenn ich da an T920 und Tiger 1 denke, dann ist der hier auf jeden Fall schon mal schlechter aufgestellt. Die Turm-Trehgeschwindigkeit 24 Grad, die Wand-Trehgeschwindigkeit 25 Grad, der ist gemütlich unterwegs. 7 Grad Grand Depression, ja, das ist völliger, mäßiger Durchschnitt möchte ich sagen, das ist auch nichts Besonderes. Und wenn wir uns die Mobilitätswerte anschauen, dann stellen wir fest, dass das Fahrzeug auch insgesamt, nicht nur was die Drehfreudigkeit angeht, sondern auch was die Geschwindigkeit angeht, sehr, sehr langsam unterwegs ist. Nehme ich gerade mal 30 Top Speed, 14 rückwärts. Das Leistungsgewicht ist noch in Ordnung mit 14,1 PS pro Tonne, aber der ist echt langsam. Er hat 1500 Hitpoints, das ist gut, muss man sagen, für einen Siemer Heavy. Und eine Panzerung, die wohl an der Wanne ein bisschen besser sein wird, als die zum Beispiel vom Tiger 1, weil die Wanne ist leicht gewinkelt, aber viel mehr wird es dann auch nicht werden. Also er hat 110 nominelle Panzerung mit einem leichten Winkel, kommen wir hier vielleicht auf 130, 140 mm, mehr denke ich mal nicht. Der Turm, 160 mm, da ist immer die Frage, wo er die wirklich überall hat. Auch leicht gewinkelt, die Gunblende sieht so aus, als ob sie was bouncen könnte. Ja, damit kann man, denke ich mal, gegen 6er und 5er gut Holddown spielen. Ein 7er könnte mit Glück auch hier und da mal bouncen, aber gegen 8er ist im Grunde die Frontpanzerung auch nichts weiter wert. 370 Meter, die Sichtweite, ist jetzt auch typisch für einen Heavy. Auch da haben wir jetzt nichts Besonderes. Also insgesamt, das Fahrzeug wirkt so ein bisschen langweilig, wenn man das hier so sieht. Und wir machen mal noch einen kleinen Vergleich mit ein paar anderen Panzern. Ich habe hier mal das Video noch von den italienischen schweren Panzern rausgesucht und hier den 7er. Ob die Werte jetzt 100%ig noch stimmen, das ist ja das Video aus dem Sommer oder aus dem frühen Herbst, wo sie für den 7er ja zwei verschiedene Kanonen angekündigt haben, die sich rein vom Alpha nicht unterscheiden, aber die in der Raid of Fire sich unterscheiden und dann halt auch die Durchschlagswerte anders sind. Wir sehen, dass mit einer DPM von 1656, also das ist die linke Kanone, wir tauschen mal hier die Sachen aus, das ist die Kanone, hat eine deutlich bessere Durchschlagsleistung der Italiener. Und wenn wir uns das dann mit dem Skoda angucken, dann denkt man sich so, Hä, Wargaming? Warum? Also ich meine, schlechtere DPM, schlechterer Durchschlag, die Genauigkeitswerte habe ich jetzt hier nicht, aber wow, also einfach nur just wow. Und wenn wir dann die Kanone mit der deutlich schlechteren Durchschlagsleistung sehen, dann sehen wir auch die um Längen bessere DPM bei dem italienischen Heavy. Zur Ergänzung hier noch die erste Supertest-Stats-Version des italienischen schweren Panzers, auch auf Tier 7. Und da nochmal ein Blick auf die Mobilitätswerte. Ähm, da müssen wir nichts weiter dazu sagen. Das Leistungsgewicht ist im Grunde identisch, aber der Top-Speed ist deutlich besser als beim Skoda. Und auch die Turmpanzerung mit 220 Millimeter, wie gesagt, ich kann nicht hundertprozentig sagen, ob diese Werte jetzt noch so aktuell sind, aber ich glaube nicht, dass Wargaming jetzt hier einfach mal 80, ne, Entschuldigung, 60 Millimeter am Turm wegnimmt. Also insgesamt bessere Gun Depression, bessere Turmpanzerung, die Wanne aufgrund des Winkels, glaube ich, wird es ungefähr ähnlich sein. Aber gefühlt, klar, die Kanone ist ein bisschen ungenauer, die Einzielzeit ist aber schon mal besser. Also auf dem Papier sieht der Italiener so erstmal besser aus. Runden wir das Ganze am Ende noch ab mit einer Vergleichstabelle mit anderen schweren Panzern auf der Tierstufe. Und da wird auf jeden Fall deutlich, auch hier die DPM, ich mache sie nochmal auf, von 1467, ja, es ist einfach schlecht. Es ist einfach schlecht. Warum er jetzt mit der 8.8 nur einen Alpha von 220 im Moment hat, verstehe ich auch nicht. Die Durchschlagsleistung, gucken wir mal drauf, tatsächlich bewegt er sich da so ein bisschen im Mittelfeld. Also IS, KV3, Black Prince, ja, die sind tatsächlich ein bisschen schlechter. Also die Durchschlagsleistung geht für mich da in Ordnung, muss man sagen. Bei der Genauigkeit 0,40, also klar, die deutschen Heavies sind da überhaupt kein Maß der Dinge, die sind viel, viel besser. Aber auch die restlichen, da gibt es ein paar, ja, der KV3 natürlich, IS, die springen hier natürlich nach oben raus. Aber insgesamt ist er hier doch mit 0,40 tendenziell eher in dem Bereich der Heavies, die schlecht sind. Auch die Einzielzeit von 2,9 Sekunden, ähm, auch da gibt es einige, die sind besser und ein paar, die sind deutlich schlechter. Aber insgesamt, ähm, ist das wie gesagt nichts Besonderes. Gun Depression, 7 Grad. Ähm, jetzt muss ich mal gucken, wo wir hier die Werte dafür finden. Gun Depression haben wir hier, 7 Grad. Sehen wir auch, das ist völliger langweiliger Durchschnitt, muss man sagen. Und die 1.500 Hitpoints, die sind gut, die sehen wir, ähm, hier unten. Also da gibt es ein paar, die sind schlechter. Ähm, Tiger natürlich auch mit 1.500 Hitpoints hier richtig gut aufgestellt. Aber insgesamt ist das, wenn man das sagen kann, eine Stärke von ihm. Wenn wir jetzt nochmal auf die Mobilitätswerte schauen, also 24 Grad Turm, 25 Grad Wanne. Ähm, ja, dann stellen wir auch hier fest, der Turm, sagen wir mal, ist in einem guten Mittelfeld. Die Wanddrehgeschwindigkeit mit 25 Grad bewegt sich hier auch in einem kompletten Durchschnitt. Also, es ist einfach langweilig, muss man sagen, was wir hier sehen. Und dann noch die Top Speed Werte, 30. Ähm, das erinnert mich fast ein bisschen an den Black Prince. Aber tatsächlich ist der Black Prince auch der Einzige hier in dieser Liste, der schlechter als er ist. Alle anderen haben hier deutlich mehr als 30 Top Speed. Ähm, natürlich muss man hier das Leistungsgewicht immer noch ein bisschen mit berücksichtigen. Da ist er gut. Er wird die 30 also ein bisschen konstanter halten können als so manch anderer Heavy. Aber insgesamt, liebe Leute, ist das hier nichts, was mich aktuell überzeugt. Auch die Sichtweite von 370 Metern, muss man sagen, ähm, ja. Auch das ist komplett langweilig. Er ist nichts dabei bei diesem Panzer, der mich in irgendeiner Art, in irgendeiner Art gerade überzeugt. Das Ding, ähm, ist von den Statistiken langweilig. Ähm, er hat nichts herausragendes gerade, wo es man irgendwie, also was ihn ein bisschen besonders macht. Nichts, also, ähm, wenn das die Idee für tschechische schwere Panzer von Wargaming ist, dann, ähm, ja. Dann ist das einfach nichts Besonderes, muss man sagen. Trotzdem will ich jetzt hier nicht so sehr in die Kerbe reinhauen. Ich hab's zwar schon gemacht, aber ich will das auch wieder ein bisschen relativieren natürlich. Wir sehen hier den Supertest. Ähm, da kann sich nochmal ein bisschen was ändern. Also vielleicht auch bei der DPM, vielleicht auch beim Alpha oder wo auch immer. Vielleicht bei der Mobilität. Keine Ahnung, in welche Richtung das noch geht. Trotzdem muss man sagen, das, was wir bisher auch in der Vergangenheit auf dem Supertest gesehen haben, war in der Regel, ähm, schon mal die Richtung, in die es gehen soll. Da hat sich meistens nicht groß irgendwas geändert. Da wurden ein paar Feinheiten gemacht. Die Panzer wurden halt nochmal gebufft oder genervt. Aber von der grundsätzlichen Charakteristik hat man da nie nochmal große Änderungen gesehen. Und deswegen bin ich gerade ein bisschen ernüchtert. Was uns da bei den Tschechen bevorsteht. Aber schauen wir mal, wie es da noch weiter geht. Und was wir vielleicht in den nächsten Wochen noch an anderen Panzern da an Infos bekommen für den Supertest. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ihm gerne einen Daumen nach oben da. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Unterstützer. Das sind Eirendal, Ködö und Thomas. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao. Euer Oher. Ich bin der Tschechen. 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 Vielen Dank.